Hallo, ich bin die Ute, ich bin Chefsekretärin in einem mittelständischen Unternehmen und in meiner Freizeit bin ich gerne kreativ. Und zwar mache ich eine Nail Art, also Fingernägel, von mir und meinen Weiber und mein Traum ist halt ein eigenes Nagelstudio, gell. Mein großes Vorbild ist die Miley Cyrus, die finde ich ganz toll, weil sie so verrückt ist und sich von jemandem vorschreiben lässt, was ich machen soll. Und ich finde, ich bin der lebende Beweis, dass man auch mit über 40 nur ausgeflippt und pepig sein kann.